Zum Auftakt der zweiten Plenarsitzung im November des Südtiroler Landtags haben Landeshauptmann Kompatscher und die Landesräte Achammer, Schula und Wittmann die jüngsten Maßnahmen in Sachen Covid-19-Prävention erläutert. Der freiwillige Massentest war ein großer Erfolg, man müsse aber weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Die Verordnung von Montag, den 30. November, wird einige Lockerungen, so die Öffnung der Mittelschulen, mit sich bringen. Was mit der Wintersaison passiert, bleibt weiterhin unsicher und man warte auf eine europäische Einigung. Es wird auch eine weitere Unterstützung für besonders betroffene Branchen geben. Um neue Hotspots zu vermeiden, sind weitere Tests für bestimmte Zielgruppen vorgesehen. Das Land hat hierfür 1,2 Millionen Tests erworben. Die Corona-Pandemie war auch Thema bei der aktuellen Fragestunde bei den Anträgen der Opposition. Die Vorschläge von Alto Adi Gineco, der Freiheitlichen Grünen, Demokratische Parteibürgerlisten und Team K ablehnend, erklärte die Landesregierung in Bezug auf Unterstützungen und Steuererleichterungen, dass in Sachen GIS-Ermäßigungen die Gemeinden Spielraum hätten, dass Verhandlungen mit dem Staat im Gange seien, um Ausnahmeregelungen für anfällige Zahlungen zu vereinbaren und dass Gelder aus dem Recovery Fund vorgesehen sind. Das Land erwägt zusätzlich, wie die Staatshilfen lokal integriert werden können. Es wurde auch betont, dass bei allen Verordnungen der Rat der Expertenkommission eingeholt worden ist. Was die Quarantäne betrifft, so dauert diese zurzeit bei Patienten mit Symptomen 21 Tage und ohne Symptome 10 Tage. Der Antrag der Südtoler Freiheit der Treffen enger Verwandten, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ermöglicht, wurde angenommen. Der Antrag der Fünf-Sterne-Bewegung für Sonderlehrbefähigungskurse in Südtirol wurde abgelehnt. Auch der Antrag der Grünen für Workshops an den Schulen zur Prävention gegen Gewalt in der Gesellschaft wurde abgelehnt, da die Maßnahmen in den Schulen schon sehr zahlreich wären. Die Mehrheit hat hingegen den Antrag der SVP genehmigt, einen Koordinierungstisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einzurichten, welcher beim Landesbeirat vor Chancengleichheit angesiedelt sein soll. Angenommen wurde auch ein Antrag von SVP, Freiheitlichen, Alto Adige Autonomie und Lega Salvini, Alto Adige Südtirol, welcher die Landesregierung beauftragt, die Möglichkeit zu beprüfen, ob Betriebe die bereits im ersten Lockdown erhaltenen Förderungen nicht zurückzahlen müssen, und ein Begehrensantrag von SVP und Lega Salvini, Alto Adige Südtirol, das Parlament und die Regierung aufzufordern, Frauen vor Gewalt zu schützen. Auch ein weiterer Antrag von SVP und Lega Salvini, Alto Adige Südtirol zur Errichtung einer digitalen Plattform für Warnungen des Zivilschutzes wurde genehmigt. Schließlich wurden mit 19 Jahrstimmen 13 Nein und 3 Enthaltungen die Änderungen am Raumordnungsgesetz von 2018 verabschiedet. Diese betreffen einige technische Durchführungsbestimmungen, ermöglichen es dem Land, Raumordnungsvereinbarungen zu treffen, erlauben den Bau von Wohnungen für Mitarbeiter in den Gewerbegebieten und landwirtschaftliche Bauten außerhalb des Siedlungsgebiets. Es ist auch eine Übergangsnorm zur Genehmigung des Tourismusentwicklungsplans vorgesehen. Dank eines Änderungsantrages der Grünen wurde die Frauenquote in den Baukommissionen beibehalten, Grüne Team K und Freiheitliche haben aber nicht zugestimmt. Landesrätin Hochguba-Kuenza hat ihr Anliegen für den Landschaftsschutz unterstrichen und hinzugefügt, dass sie sich anfangs zwar mit diesem Anliegen allein fühlte, nun aber die Verantwortung bei allen Liga.